Ich? Was? Wo? Wer war das? Ich? Ich war das. Popois? Alles okay bei dir? Puh. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt leichter vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen, aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Goal, ich bin's. Dein Retter. Bisse, bisse, bisse. Putz. Nein, Rufus. Uh. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Hehehe. Määä. Ach komm, das war witzig. Määä. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Hallo, jemand zu Hause? Haus, 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 Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Supp, supp, supp. Kartoffelsupp. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nübel, Fribbel, Schwibbel. Hugel, Wugel? Basel, Fasel, nem, nem, nem. Mammelframs? Bimfidi, Bum, Klopp, Klopp. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plemplem, Tötterrettetim. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium. Ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich versteh nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend. Aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, äh, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus. Du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst dir wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ganz spannend, ran, drauf, auf, ab, 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 guck, guck. Aber, äh, äh. Aber, Kadab, ab, 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 guck, guck. Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Es wird Zeit, dass ein wenig Schwung in die Sache kommt. Hm, leicht gesagt. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Der ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechseln. Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Rufus. Tut der Kopf noch weh? Das Einzige, was mir weh tut, ist, dass ich noch immer in diesem Kaff fest sitze. Ich fürchte, dafür habe ich keine Medizin. Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist ein Leben. Akzeptiere es. Was ist denn nun mit Gold? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Gold muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuwak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Doch kein Notfall. Aus deinem... Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Hey! Was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber... Ich habe Hunger. Hallo nochmal. Ah. Hallo Schnutzi-Pu. Bis bald. Tschüss, Schnutzi-Pu. Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du... Ist grad schlecht. Ich komm später. Diese Technik ist voll für die Katz. Diese Technik... Hier ist eine Nachricht vom Bürger... Oh, oh, ah... Hä? Entweder war da eine Katze... Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Was ich damit vorhabe... Aber noch will... Was ich damit... Aber noch... Was ich damit... Aber noch... Was ich damit vorhabe... Ist doch bitte. Gah! Ich sag, das Postamt bleibt geschlossen. Ein prima Andenken daran, wie ich Goal wachgeküsst habe. Welche Rolle spielte dabei noch gleich der Trichter? Hm, keine Ahnung. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Und jetzt vorsichtig. Haha, lange Finger, leise Treter, Rufus war der Übeltäter. Wacko, wacko, wacko. Er ist und bleibt ein Penner. Versuch das ja nicht todehrig, ich reiß viel im Kopf. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen, zu denen ich nie eingeladen werde. Das muss nicht umgefüllt werden. Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Das muss nicht umgefüllt werden. Er hat immer behauptet, ich würde ihm nur Zeit rauben. Kann er haben. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in mein... Hab ich ihn oder... Oh Mann. Hallo, Lotti. Du schon? Du schon wieder? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Aber die Post ist geschlossen. Tja, dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare schmieren. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Also geht es weiter. Ich schreib. Du schreibst. Du schreibst. Du schreibst. Du schreibst. Du schreibst. Man erkennt noch, was es ist. Das muss nicht umgefüllt werden. Das muss nicht umgefüllt werden. Au, jetzt habe ich mir in die blödesten...